Ah, ihn haben wir noch gar nicht ausprobiert. Das machen wir heute auch. Auf jeden Fall. So ist ein paar Tage wieder her. Ich darf einmal kurz... Oh, meine Funktionen testen. Ja, das ist gut. So. Okay, Fran, jetzt nicht zu schnell. Mit Taschenlampe, natürlich, damit wir alle was sehen. Nicht wieder zu viel, sonst weißt du gleich wieder nicht, wo lang und wo du gewesen bist. Ein Trainingsbuch. Ist das ein Trainingsbuch? Medikit verbessert. Medikit sind jetzt 67 Prozent stärker. Falsche Taste. Hier noch Patronen. Ich will die Patronen. Ja, ich möchte die Dreiecktaste drücken, aber er zeigt es mir nicht an. Elli. Hallo? Dreiecktaste? Hallo? UEC Campusplan. Ah, ich geh wieder alleine. Toll. Freue ich mich. UEC Campusplan. Glaube ich eher. Uah, was? Sporen? Och, nö. Ich habe nur ein bisschen Angst. Wie war der Lauscher? So war der Lauscher. Ja. Wie schlage ich? So schlage ich. Okay. Ich bin vorbereitet. Boah, Leute. Ich habe Angst. Mit Taschenlampe machen wir das jetzt. Mhhh. Okay. Nein. Ich möchte leise voranschreiten. Mhhh. Vielleicht sollte ich überhaupt mal voranschreiten. Mhhh. Mhhh. Ja, ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Uah. Ja, und damit Hallo? Hier bin ich. Ähm. Ist da ein Bloater? Wer ist noch hier? Oh, da ist der Bloater. Ah. Ähm. Ach, warte. Von hier komme ich. Let's go. Wir fackeln ihn ab. Wieso ist die Musik denn immer noch so angespannt? Ich habe doch alle erledigt. Okay. Wieso? Ja? 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 Wir fackeln ihn nicht an, bisschen für nosotros... faint? Wir accidents müssen einfach! Und jetzt funktioniert eigentlich dort.